Und herzlich willkommen zurück zu James Thunderland. Ich bin hier gerade nur am Kuchen öffnen, deswegen klinge ich so ein bisschen gequält. So kleine abgepackte Küchen, die natürlich nicht aufgehen wollen. So, das letzte Mal waren wir am Steuern wieder aufzufangen. Hier den. Und haben da was drin gefunden. Medici haben wir da drin gefunden. Ich glaube nichts Wichtiges hatten wir hier gefunden. Kugeln. Irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr genau, es ist schon ein paar Tage her. Aber eigentlich nur ein paar Tage. Ja. Eigentlich müsste ich ganz dringend einen Portel aufnehmen. Wahrscheinlich habe ich das schon wieder gemacht, wenn diese Folge raus ist. Aber ich hänge da im Moment in einem Raum fest, wo ich nicht weiß, wie ich den lösen soll. Wahrscheinlich ist das so leicht, dass ich einfach nicht drauf komme. Oh, oh. Uh oh. Tim. Ah, das ist schon. Look, das ist ein bisschen. Hallo. Ah, ist das Kussin. Hey. Hey. Ach so. Ich dachte jetzt schon. So. Lebewusst. Noo. Haha. Die Form von oben sieht doch nicht so groß aus wie von unten. Oh Gott. Ja, scheiße. Gut. Ja. Hi. 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 Ich habe natürlich auch keine Ahnung wie. Okay. Warte, was wird das? Nix. Da komme ich. Was ist das? Genau. Oh Gott, das war das. Ich habe 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 das. Oh oh. Nein, 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 nein. Hallo Mann. das das war verwendet Ich denke lieber gar nicht darüber nach. Was ist das für ein großes Messer? Das ist normal. Ach so. Ich werde es zur Hand haben, aber töten. Oh Gott, da hängt wer. Ich habe hier gar nicht gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Ah, das ist eigentlich nur ein Abkürzer. Ja, ich höre dich. Danke. Oder nur am Weg in die Irre. Uah! Und Felix Tor. Sind wir hier wieder? Was war denn die andere Tür? Ja. Ich glaube nicht, Jungs, wie ihr euch überhaupt etwas zeigen könnt. Gut, das folgt hier in einem Kreis. Ja. Es scheint hier bei. Mhm. Wird ich jetzt töten oder gleich erst? Halt, nur auf dich habe ich gewartet. Hm. Halt! Liebe. Ich denke, ich bin ein Kreis. Ja, ich bin ein Blü Count. Gut, ich habe keine Ahnung. Weil hier bin ich hier wieder. Ja, jetzt ist es ganz zu. Gut. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Immer noch ganz zu. Wie ist es da? Die Tür. Man kann es so drehen, dass irgendwann eine Tür offen ist. Dankeschön. Gut. Dafür ist es rumgerennen. Oh, hi. You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all silly. Maria? That thing. It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator. James? What are you talking about? Just before. Don't you remember? Give me a minute for a minute. James, honey. Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Maria? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I... Don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Ja, aber damit beenden wir erstmal die Folge. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye!